Dann müsstest du mal im Spiel. Sehr gut. Verzeihung. Dann versuchen wir uns mal. A und D. Die sind oben, die sind unten. Auf geht's. Loading. Ich als Client kann vielleicht zwischendurch auch sagen, sofern das von Interesse ist, was ich doch sehr hoffe. Also, ähm, ich hab jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie D-Sync oder irgendwas zwischendurch da rumjodelt. Da war ja, ähm, oben ja auch eigentlich nie richtig anfällig. Bin ich jetzt so dran erinnert? Äh. Building ready. Vielleicht sollte ich nicht mit den Bildern anfangen, vielleicht sollte ich wahrhaftig den Miner nun. Was warst du damals, äh, mitten in Berlin auf dem Linux-Tag, als wir mal so, äh, naiv wie wir waren, irgendwelche Leute angesprochen haben, ob sie mit unserer Wunder Oma in den Arsch gehen? Ähm, ich war auf dem Linux-Tag mit, wo diejenigen, die gespielt haben, gewonnen haben. Ja, das waren nicht wir. Nee, das war, äh, doch, also, die Holasi haben gewonnen. Wer hat denn damals gespielt? Oder haben wir... Also, Retro war noch dabei und dann haben wir so ein paar, ähm, jüngere Besucher gespielt. Das Spiel irgendwie, wir sagten, sie kennten das auch gar nicht und sie müssen das ja gut kennenlernen und haben uns dann mega platt gemacht. Ich glaube, die haben uns angelogen. Ich glaube auch. Muss, insgeheim. Ja, Linux-Tag Berlin. War eine schöne Institution, hat's dann nicht mehr gegeben, war... Schade eigentlich. Ich bedauere euch ein wenig. 13 war ja, 13 war ich mit, auch richtig Feds gehabt. 14 konnte ich nicht, oder war 14 schon Ende? Ja, 14 war, glaube ich, nochmal. Aber danach war irgendwann halt relativ bald Ende. Hätte mal wieder keinen Strom, wie es sich das gesagt hat. Äh, die KI hätte direkt mal einen Money-Tower schon gebaut, okay. Da muss ich wohl mal verteidigungsvolle einbauen, ja. Mal kurz intervenieren. Ich brauche eine Life-Factory. Äh, die KI hätte auch eine Life-Factory, bitte. Receive Affirmative. Blonk. Ich kann nicht mehr gehen. So, die KI schon, ja. Insufficient Fund. Ui. Insufficient Fund. Jetzt besteht die Möglichkeit, dass ich mich ver-kneeskandelt habe, finanziell. Ich glaube, das canceln wir mal durch. Oh, die KI hat mich ver-kneeskandelt. Oh, die KI-Tower-Kneeskandelt. So. Units ready. Building ready. Building. Unit ready. New construction options. Building ready. Building. Oh. Received. 10-4. Ihr dürft den auch angreifen, ihr müsst nicht nur hinter dem herfliegen. Base under attack. Yes sir. As you wish. Building ready. Building. 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 Lost. Building. Das meine ich. Ich guck dir das an. Ach, das hast du schon. Ja. Mhm. Ja, auch ein bisschen. Das fand ich schön. Boah. Nein. Natürlich. Kein Strom mehr da. Building. Ich bin fertig. Also die KI ist nun mal ein ganz anderes Spiel. Also das ist ja... Ja, ich hab... Ich bin bereit. Leitak. Building ready. Units ready. Ich bin bereit. Die Sch***. Ja, ja. Ja. Kannst du gut? Da kommt er schon wieder angeschissen. Ach, die können den gar nicht angreifen. Oh, so? Nein. Alter, ich weiß gar nicht, wo zuerst. Was? Ich weiß gar nicht, wo hier zuerst irgendwie verteidigt sind. Ich weiß gar nicht, wo hier zuerst irgendwie verteidigt sind. Vielleicht hätten wir direkt erst mal nur einen, den wir zum Nachgang nehmen wollen. Ja, wir machen das ja auch dafür, dass andere Leute das nicht machen müssen. Also, aus unseren Fehlern kann man lernen. Dafür sind wir da. Aber diese Verteidigungsanlagen sind eher eine nette Ergänzung. Ja, ja, das ist, äh... Also, die halten nichts auf. Ja. Da passiert nicht so wirklich viel. Da, die Atombombe. Neun Minuten haben wir noch. Die Tiersicherheit am verteidigen. Und ja, übrigens ist das Spiel noch neun Minuten lang gewöhnlich dran. Jetzt ist es natürlich der gesamte Verkauf. Kann er seinen Baubereich bauen? Ja, kann ich. Jetzt hat er diese... ...dicken... ...Panshees... ... die da rumperlangen kann. I'm ready. At once. Also, your target locked. Ja, ziehen wir durch, oder? Pfff. Wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Never give up, never surrender. Lost. Weiß ja, wie das ist mit der KI, ne? Wenn sie irgendwann die Weltherrschaft übernimmt, dann... ...weiß sie ja auch, wer ihr geholfen hat und wer dagegen gearbeitet hat. Und, äh... ...soll wissen, dass mit uns kein, äh... ...s Pass ist. So sieht das aus. Boah. Ne, das ist halt echt diese... ...diese Banshees, ne? Die fliegen halt einfach auch an deinen Verteidigungsanlagen vorbei. Das ist völlig uninteressant. Still an zwei, äh, Anti-Air-Towern einfach so... ...Nö. Nicht während meiner Schicht. Ja, okay. Ich werde gerade von zwei Banshees zerlegt. Also wirklich... ...läuft. Gerade zwei. Und sonst nichts. Boah, warum jetzt hier noch, dass man die... ...dinkst, die spawnen konnte? Also ich habe auch nichts mehr zum... ...zöne... ...Light Factory? Boah, nichts? Ich kann nichts mehr bauen. Also mein Spiel ist vorbei. Also ich kann dir, äh, paar Rocket Pots rüberschicken. Ja, aber wozu? Ja, ja... Mach halt, ja. Klar. Unterstützung. Ich werde derweil etwas Wasser trinken, weil Wasser gesund ist. Kann ich dir eigentlich, kann ich dir Ressourcen schicken irgendwie? Ja, der Starport, den brauche ich. Aber warum kann ich den nicht bauen? An Raider Dome, ja, den hat er mir schon zerlegt. Boah, jetzt stürzt er aber richtig an. Vor allem lässt er dich gerade in Ruhe und kommt zu zweit auf mich eingeschossen? Das ist ja fies. Der grüne macht dich gerade... Ja, der braunen... Ach nee, das sind deine Jungs jetzt, ne? Ah. Ah. Oh, ja, ja, das bin ich. Power. Schießen Rocket Pots in die Luft? Hast du das beobachtet? Was denn? Rocket Pots schießen in die Luft? Ja. Oh, charmant. Okay, dann werde ich da gleich mal ein bisschen... Den hat er mir auch gleich direkt zurückgezogen, den Benji. Wenn er gemerkt hat, das wird nix. Ach, ja, du hast ein AA-Turret bei mir gebaut. Ja, ich war so frei. Das geht. Das heißt, ich werde fort existieren, auch wenn meine Basis von langen Geschichte da ist. Wobei ich annehme, das letztes Gebäude heißt Tod, ne? Ja, und das wird bei mir auch... Dann fährt er dir auch relativ bald folgen. Wer will den Blast? Oh, man kann mit AWSD nicht scrollen. Das ist tragisch. So, aber jetzt... Ich schau mir das noch an. Ja, aber den Cursor tasten kannst du. Ja, ja, Cursor tasten, ja. Wie auch Sylphysand an deinem Mining Tower einfach vorbeifährt, weil er weiß, dass das keine Gefahr darstellt, ne? Frech. Und warum zieht er sich jetzt zurück? Ja, mit der andere. Ah, verstehe, verstehe. Ja, ist die Frage, sind die verbündet? Haben wir das gemacht? Nee, eigentlich nicht. Oder eher, dann ist klar, warum wir sich zurückziehen. Doch, 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 ich hab die beide ins gleiche Team getan. Also, ich sag mal so, wir müssen Banshees bauen. Die fetzen alles weg hier, ne? Also, die sind schon echt... So, ich baue jetzt hier einen Radar-Dome und dann baue ich jetzt einen Starport. Ja, ich bitte darum. Und dann ist vorbei hier mit lustig. Ich kann jetzt nämlich noch Resson hier Aufklärungspanzer bauen. Hau rein. Auch nicht mehr. Du rupst das noch. Ich mach das einfach so, wenn die Gebäude zusammenschürzen, lass ich sie auf die Gegner fallen. Ja. Der Radar-Dome hingegen hält angenehm lange. Also länger als... Ein Kraftwerk. Der, 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 vor allem länger als der, äh, Verteidigungsturm. Und? Hau. Süd. Victorios. Und hast du gesehen, wie verschwenderisch, äh, wir haben ihn quasi in den Ruin getrieben. Er musste Atombomben bauen, er konnte sie nicht nutzen. Ich hab, äh, dummerweise, obwohl ich die ganze Karte gesehen hab, nachdem mein Geschütz weg war, hab ich nicht, äh, die Zeit genutzt, um, ähm, mir die Basis anzusehen. Hab ich ein bisschen gepackt. Ja, ich hab die jetzt hier noch, und, äh, sieht kompakt und KI-gestützt aus. Aber er hat sich nicht so richtig ausgebreitet. Also er ist in seinem Umfeld geblieben. Der andere auch. Ist dann halt nach oben gewandert, ne? Underground Resources. Ja. Ja, äh, nochmal eine gegen die KI, aber dann halt die auch untereinander. Hm, ja, entweder das, oder halt nur einen gegen uns zwei. Das, das überlasse ich dir.